Ach du Alter Mann Alter Okay, okay, okay Eine Hand nachladen Ich liebe dich Okay, wenn das Liebe ist, äh Weiß ich auch nicht, ich würde das Ding gerne mitnehmen hier Wie komme ich jetzt da hoch? Ich habe keine Leiter Und jetzt? Kann ich klettern, irgendwie springen? Natürlich ist die Leiter kaputt Ja! 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 Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie, wa? Willkommen in der Familie. Ich bin satt. Was denn hier ist das hier? Was ist das hier? Ich muss hier raus. Alter Schwede. Was ist mit der Oma da? Was ist mit Oma? Hat die keinen Hunger oder? Das kann doch nicht sein, dass einfach mal alle eben mal kurz verschwinden. Okay. Ja ey, wirklich mir fällt ja nichts mehr zu ein ey. Ich wollte euch eigentlich so begrüßen, aber das muss jetzt leider mal ausfallen. So heitere Begrüßungen sind glaube ich hier nicht so angebracht. Scheint so als wären wir jetzt im richtigen Haus. Evelyn. Ich weiß nicht, ob wir uns hätten die Namen merken sollen, die auf den Zettel standen. Ja okay, wir haben wieder keine Objekte. Pistole natürlich weg. Ah, was war das? Kraut, eine Pflanze mit vielen Wundteilen, Nährstoffen, stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Wo ist denn unsere Gesundheit eigentlich? Ich habe wieder so einen Balken irgendwo. Äh, fad, 50er, fleischig, witt. Alter Schwede. Wir haben ja schon reingeguckt. Der Auflauf von letzter Woche. Der Auflauf von letzter Woche. Ja, wir haben ja schon reingeguckt. Bewegt so ihren Kopf schon noch, ne? Alter, aber die ist schon ordentlich wack, ey. Kann ich mich jetzt hier frei bewegen, oder was? Haupthaus, ja. Erstmal Schubladen abchecken. Wir brauchen hier irgendwie eine Waffe oder so. Also in der Situation hätte ich am liebsten eine RPG oder so. Okay, da kann man irgendwas mit anstellen. Das gute HiFi-System. Drei Männer auf Erkundungstof vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. diesen Monats von New Orleans zur Gemeinde Dullway reisten und seitdem unaufindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walker, Andre Stickland und Clancy Javis. Die drei Produzenten produzieren Videos für das Internet und waren nach Dovele gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Okay, die wissen also Bescheid. Was mich wundert, wenn ein Cop hier immer anruft, ne? Der Junge hat ja gesagt, der Sohn wahrscheinlich, dass schon wieder dieser eine Cop ist, dass der sich nicht da irgendwie darum kümmert oder dass der mal hier vorbeigefahren ist, weil wer ja hier mal reinkommt, ne? Okay, wahrscheinlich kommt der da noch nie wieder raus. Aber dann wissen zumindest seine Kollegen Bescheid oder so. Es ist nur die Frage, was für ein Ziel die haben. Die haben extra diesen Ort hier. Was auch für immer die einen Grund dafür haben, hier die Leute zu entführen und zu infizieren. Denke ich mal, ne? Dieser T-Virus oder wie die ganze Geschichte heißt von Serious and Evil. Okay, ich geh ein bisschen weiter. Also ist halt schon ein guter Ort, ne? Weil die können halt hier gut, äh, sind ja gut versteckt. Das findet ja kein Mensch, keine Karte. Das ist ja alles so... Garage, alles außerhalb. Äh... Okay, da scheint was drin zu sein. Garage. Die gucken wir uns erstmal an. Oder auch nicht. Wieso... Hä? Ich hab wieder zwei Hände, ne? Okay, ja stimmt, das hab ich ja vorhin gesehen, aber... Sind wir dann vielleicht schon infiziert oder haben wir das nur uns eingebildet? Weil das ist ja manchmal eben so gemacht, ne? So eine neue Hand dran geknetet. Okay, abgeschlossen. Hier kommen wir her. Hier kommen wir her. Hier kommt so ein bisschen an den Flur von Silent Hill. Was soll ich machen? Soll ich da hingehen oder... Soll ich da hingehen oder... Soll ich da hingehen oder... Ja, der kommt. Da ist er. Du Scheiße. Ich guck durch die Fensterscheibe. Ich glaub er hat die erste Tür genommen. Alter, scheiß ich mir in die Hose. Wo ist der kleine Scheißer hin? Ach du Scheiße. Okay, schnell, 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 schnell. Oh, schnell. Gleich kommt er aber schon durch die Wand geschossen, ey. Ich mach da schnell ein Gefühl. Kannst du gar nicht. Was ist das? Keine Zeit vertrödeln, keine Zeit vertrödeln. Oh, ich hab Rast. Alter. Der Typ ist echt durch, ey. Jetzt bin ich hier. Wie komm ich denn jetzt wieder zurück? Psycho. Hm. Wieso verrückt? Ist doch ganz normal. Jetzt darf der mir nicht entgegenkommen, weil sonst komm ich hier nicht mehr weg. Okay, was war das für ein Schlüssel? Ach du Scheiße. Das ist ja direkt da, wo der Typ drin steht. Okay, das ist diese Klappe, die nach unten führt. Ich kann nicht sehen, wo der ist nicht. Ich kann nicht mehr wegkommen. Ich kann nicht mehr wegschauen. Ich bin da, wer noch. Ich kann doch nicht um die Ecke gehen. Ich muss am besten gucken, dass der da irgendwie am ST steht. Wenn der mich sieht ey, ich kacke ab ey, ohne Scheiß, da läuft er. So ist mein Kleider, Yvesen! Die Schütter. Wie sagt man so schön? Ein Mann Familie, immer Familie. Tut mir nicht weh. Du Scheiße, du Scheiße, du Scheiße. Du Scheiße, du Scheiße, du Scheiße. Du Scheiße, du Scheiße, du Scheiße. Du Scheiße, du Scheiße.